Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom Das Kaiserreich steht für Fortschritt und Zukunft So werden die modernsten Technologien entwickelt Wenn ihr also für den Kaiser seid, dann seid ihr für Frieden und Fortschritt Ja, sogar exakt mit selben Pulli tatsächlich hier sitzend Ich weiß gar nicht, das ist tatsächlich so ein Käptenzufall Aber ja, dann habe ich euch das dementsprechend auch mal zeigen können Das war mir jetzt tatsächlich nochmal viel mehr und dafür auch ganz wichtig Weil ich habe immer wieder die Nachfrage auch bekommen Malte, wie soll das Territorial aussehen? Jetzt habt ihr mal so ein bisschen kartentechnische Idee davon bekommen Gut, einziges Ding, was ich jetzt gerade gesehen habe, was vielleicht nicht 100% passt Ich habe mir jetzt glaube ich noch nicht vorgenommen, hier Südtirol mir noch mit 1 zu verleiben Das halte ich tatsächlich dann glaube ich doch für ein bisschen schwierig bis unnötig Die 1, was heißt 1, ist so ein bisschen halt schwierig auch Ich hätte halt natürlich ganz gerne Ältas Lothring, aber der Bereich ist eigentlich zu groß Dementsprechend, also das, was ich schon gesehen habe, kommt wahrscheinlich ganz gut hin Kolonien, auch im Groben, ein paar Kleinigkeiten werde ich da dann auch nochmal ansprechen Aber dann natürlich, wenn es soweit ist Aber ja, vielen lieben Dank also auch mal dafür Das nehmen wir natürlich immer gerne mit Ich hoffe, es gefällt euch soweit dann auch nochmal gefallen Vielen lieben Dank also nochmal ein bisschen Applaus an Mahai an dieser Stelle So, dann würde ich tatsächlich gucken wollen, aber dass wir jetzt auch ein bisschen dann wieder hinterher kommen Wenn wir schon mal minus 2% sind, dass wir jetzt auch an den Steuerrädchen ein wenig entsprechend drehen mögen Ein bisschen Spielraum haben wir in verschiedenen Bereichen So, ich würde ganz gerne die Körperschaftssteuer schon mal auf 10% oder um 10% erhöhen eher gesagt Damit wir hier auf jeden Fall finanziell nochmal ein bisschen hinterher kommen Das dürfte dann schon mal für einen gewissen Einbruch auf jeden Fall sorgen Im Wirtschaftswachstumsbereich, das ist klar Wir sind jetzt noch bei minus 1,3 Dann sind wir noch bei den Sozialabgaben für die Arbeitgeber, wo ich jetzt auch noch am gucken wäre Als nächstes, wenn ich hier Richtung 20% ginge Wäre das auch nochmal ein Stück und ich denke, wenn wir das auf 21% hochdrehen Dann wären wir relativ nah am Plusbereich dran Ja und dann jetzt noch einmal Weil wir natürlich an die wirtschaftlich relevanten Sachen müssen Ich kann den Leuten halt immer schlecht an der Kaufkraft gehen Was passiert denn, wenn ich jetzt sagen würde Gut, Arbeitnehmer ist ja schwierig Gewerbe Wie viel fehlt uns noch? Uns fehlt haushaltstechnisch noch so 30 Milliarden, um uns dann tatsächlich endgültig rauszuboxen Oha Ja, über die Gewerbesteuer schwierig zu finanzieren, sehe ich gerade Das wäre kritisch Wenn ich die Mehrheitssteuer um 1% anhebe Ist das aber auch nicht zu finanzieren Dann müsste ich die Mehrheitssteuer Um 3% auf 22 anheben Das ist schon heftig Weil die finanzielle Lücke ist schon noch auf jeden Fall da, Freunde Mache ich das vielleicht doch bei der Gewerbesteuer? Mache ich das über die Finanztransaktionssteuer? Oh, wie viel müsste ich denn hier? 0,4? Ne, 0,5 müsste ich, ne? Ja, 0,5, 40 Milliarden So, und dann würde ich mich knapp im Überschuss retten Das wäre natürlich wieder sinken Aber wir müssten da ungefähr plus minus rauskommen Weil natürlich jetzt klar die Wirtschaft damit extrem beeinflusst wird Ich bin ja tatsächlich kein großer Verhältnis der Finanztransaktionssteuer Aber ich muss jetzt natürlich gucken Nachdem er mir meine anderen Waffen ja schon mal ein bisschen weggenommen hat Dass wir da jetzt dann versuchen drüber zu kommen So, und dann gucken wir mal was passiert Um da jetzt dann irgendwie, ja, auf den grünen Zweig zu gehen Warlord hat vorhin noch einen Tipp gehabt Erst die Wirtschaft in Schwung bringen Warte ein paar Monate, dann kannst du verstaatlichen Wie gesagt, wir machen jetzt so eine Teilverstaatlichung an dieser Stelle erstmal So als ersten Step Und gucken, dass wir das so nach und nach dann integrieren können Äh, du musst später, wenn du Krieg führst Um die neuen Regionen zu bekommen Nicht das Land zur Kapitulation zwingen, sondern musst einen Friedensvertrag machen Wo vereinbart, ja, ja, genau, das weiß ich schon Da ist das Spiel wieder etwas unrealistisch Äh, ja, alles klar, alles gut, wir kriegen das hin Darfst auf keinen Fall Steuern erhöhen Die die Wirtschaft belastet Dann hast du später noch weniger Geld Wenn immer Finanzdirektionssteuer im Game wird Äh, ja, alles gut Nee, kriegen wir schon hin Wird es heute noch einen Feldzug geben? Oh Himmels Willi, ich habe nicht mal eine Armee Welcher Feldzug? Ha, wie soll ich denn das organisieren? Also nochmal ganz kurz zum Stand der aktuellen Reichswehr Wir haben bald hier 100.000 Mann zusammen Äh, Ausrüstung Gut, wir haben theoretisch Panzer Ich weiß zwar nicht, wo sie sind, aber wir haben Panzer Gut, ein Teil davon muss auch hier in Berlin stehen Wir haben keine militärischen Stützpunkte Gar nichts in der Richtung Keine Flugabwehr Null, nada, niente Raketensilos, Luftwaffe, Marine Niente, nix Wir müssen erstmal die gesamte Armee wieder aufbauen Da fehlt es noch an allem Deswegen Also, das sind auch noch so Schritte Wie gesagt, wir sind gerade dabei Ja, nur die Wirtschaft erstmal unter Kontrolle zu kriegen Beziehungsweise dahin zu bringen, wo sie hin soll Wir müssen uns noch Auch Zeit um so Themen kümmern wie Energieversorgung Denn, ähm, ihr seht es ja Also anhand unserer diplomatischen Beziehung mit dem Rest der Welt Klar, wir haben so ein paar Freunde Aber das Große ist jetzt schon eher Kontra Ähm, muss ich schon sagen Bräuchten wir tatsächlich nochmal ein bisschen andere Energieversorgung Auf jeden Fall auch Das müsste halt alles auch noch irgendwie mitfinanziert werden Also bis das Reich soweit ist, dass es mobil machen kann Um sich seinen Platz an der Sonne zu holen Schwierig, Freunde Sehr, sehr schwierig Kernwaffenproduktion könnte man starten Aber, ne Ich finde halt Kernwaffen halt auch bescheuert Ich mag konventionelle Kriegsführung Hier ganz gern, aber Nuklear eher nicht so Entschuldigt für die kleinen Huster Aber ich habe tatsächlich noch ein bisschen Hustenreiz Von einer zweiten Bronchitis Die inzwischen mich eingefangen hatte Die zweite Binden zweieinhalb Monaten Reicht mir persönlich auch So, und dann wollen wir mal schauen Jetzt erstmal Wann kommen denn unsere ganzen Kaiserlichen Dekrete Jetzt hier Wann wird das denn alles durchgewunken Das ist jetzt erstmal die erste spannende Frage Kaiserliche Dekrete Durchgewunken Bis zum 22.03. Okay Dann würde ich sagen Marschieren wir erstmal bis dort hinten hin Und dann dürften wir eigentlich Ja, soweit hoffentlich Startklar dann sein Dass wir zumindest so einigermaßen Das im Plus-Minus-Null-Rahmen halten sollten Dann kann ich nochmal ein bisschen Die Steuer nachziehen Und dann dürften wir es haben Also einen zweiten Steuerschritt Möchte ich jetzt aktuell nicht ausschließen Ich glaube einen werden wir Dahin gehen tatsächlich brauchen Ist das deutsche Keilzeichen In der Lage Fusionsreaktoren zu bauen? Gute Frage So erstmal mal gesetzt Gebilligt hier Was die öffentliche Was diese Verstattung angeht Der Sektor So Sozialabgaben Interessiert mich nicht Wie sah ich mein Geheimdienst aus? Wie wird Terrorisationen haben wir noch? Wo ich gerade die terroristische Drogenchöre Ah, nur auf vier Stück Ja, sehr schön Also zumindest Unser BND Oh, beziehungsweise Vor allem eher unser Verfassungsschutz Das ist ja in erster Linie Arbeitet tatsächlich so ganz gut Kann ich die Musik Noch ein kleines Stückchen Irgendwie runterdrehen Ich befürchte, das wird nicht gehen Dann muss ich das hier nochmal Über Sekunde Mich stört das jetzt Da wieder gegen anzubrüllen Äh, hier rüber regeln Wo finde ich das denn? Muss das nicht hier sein? Ah, hier ist es So, das ist mir schon angenehmer Weiß nicht, wie das jetzt für euch Von der Akustik her ist Aber Für mich ist das schon besser So Dann haben wir tatsächlich Äh, nochmal Ökologische Überlegungen Ja, Umwelt gucken wir Äh, Umwelt sag ich schon Da gucken wir später nach So Wir kriegen jetzt tatsächlich Aber unsere militärische Forschung Die macht tatsächlich Fortschritt Wir gucken mal ganz kurz rein Wir haben ja momentan hier Ein bisschen Gelder angelegt Dass wir tatsächlich Militär zu uns bei 8 von 10 sind Also überall jetzt tatsächlich Forschung zu uns bei 8 von 10 Noch nicht perfekt Aber wir kommen da ja Und Oha Haha Oh, 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 oh Dadurch tatsächlich Kann es sein Dass wir jetzt hier Visual Fortschritt Erzielt haben Die uns jetzt hier Äh, nein Keine Patentierung Aber ermöglichen Keine Patentierung Keine Patentierung Alles was Militärisches Gerät ist Werde ich erstmal nicht patentieren lassen Ich hab keinen Bock Dass, äh Das irgendwer anders in den Griff kriegt Aber scheint so Als ob wir dementsprechend Tatsächlich wieder Wirtschaftliche Fortschritte Machen würden Trotz der Steuererhöhung Die wir jetzt hier In Anspruch genommen haben Ja, tatsächlich Wirtschaftswachstum liegt bei 4,5% Es war vorhin bei 4% Das heißt Es ist jetzt tatsächlich Sogar Trotz dessen Dass wir die Steuer erhöhen Hält das ganz gut Schritt Das wäre sehr gut Das heißt Ich kann demnächst Noch mehr abschöpfen gehen Von unserem Überschuss Rein die Staatskatze Damit ich tatsächlich Dann die Vollverstaatlichung durchkriege So Abgaben der Sozialabgaben Der terroristische Bedrohung Eure Majestät Jaja Ist okay Ich kann verstehen Dass ihr nicht ganz so happy seid Beschäftigung gleitet auch ein bisschen drunter Müssen mal gucken Was die Arbeitsurgenquote sagt Das kann natürlich auch Auf Staatskasse noch lasten Die Feststellung So Das Körperschaftssteuergesetz Wurde per Dekret durchgewunken Die Stimulierung Des Wachstums Unvereinbar mit dem Anstieg Überlastung des Unternehmens Viele Investoren sind besorgt In Zusammenhang Jaja Ich bleibe erst einmal vage Also unsere Wirtschaftsministerin Freut sich natürlich nicht so sehr Wir schauen uns mal ganz kurz rein Ah Jetzt hat das Defizit Dann dementsprechend zugeschlagen Fragezeichen Sehe ich das richtig? Bin ich mir jetzt gar nur Prozent nicht sicher Aber wir lassen nochmal kurz laufen Ich glaube damit sind wir jetzt Tatsächlich auf dem Stand Was ich erwartet hatte Das heißt Wir haben uns jetzt von Minus 2 auf Minus 1 Hier runtergerobbt Einzige Frage ist Ist mit dem Wirtschaftswachstum Noch so aktuell Weil da muss die Steuern Tatsächlich nur mal theoretisch Ziehen Dann macht das denn Sinn Und war ich denn vorhin bei 0,9 plus Warum bin ich denn zum Minus? Und warum steht denn hier noch Dann aber 4,5% Wachstum? Das macht doch keinen Sinn Das verstehe ich jetzt nicht Verstehe ich das ja von euch Hier schließt das nicht So Kamera der nächsten Generation Ja das finde ich tatsächlich gut Ja das ist okay Das kann man machen Die wissenschaftliche Entdeckung Wird durchgewunken Äh Wie wäre es damit Niedersachsen Durchzufacken? Nein Danke Ne wir werden auf erneuerbare Energien Tatsächlich setzen Und das auch nicht so knapp Jetzt ist der öffentliche Haushalt Wieder hochgesprungen Oh hat sie das jetzt Also doch wieder eingependelt Ah ja Okay Es macht noch ein paar kleine Hüpfel Ein und her Ich würde sagen Wir lassen das noch ein paar Tage Weiter laufen Bis das Spiel sich tatsächlich Passend das durchsimuliert hat Ha Arbeitslosigkeit 4,8% Das ist okay Das ist jetzt auch nicht zu viel Wieder weil übrigens Paris Nicht mehr in Brand Das hat mal jemand vorhin am Anfang gefragt Warum rennt Paris eigentlich? Ich konnte es euch selber nicht sagen Aber es brennt nicht mehr Was ich aber sehe ist Dass tatsächlich Okay es brennt plötzlich doch wieder Also irgendwas scheppert hier Ach Wahrscheinlich der Krieg Zwischen den Russen Und den Franzosen Wobei ich mich dafür frage Da gibt es doch gar kein Kriegssymbol mehr Naja Wir haben Aufstände bis zum Mond Überall Auf der Welt Ah diesen Chaosreiter Fast gerade Also diesen Regler Hätte ich runterdrehen müssen Noch ein bisschen Also irgendwie haben die das jetzt geschafft In 22er Version Zumindest mein Geschmack Ist das Wenn ich das auf Medium habe Ist das ein bisschen arg ausgeprägt dafür Ich meine Wir haben jetzt nicht mal Schlimmste Verläufe dafür Genau Wir pflastern hier ein paar Windräder voll Bayern damit voll Pflastern Ja ne Wir müssen natürlich schon gucken Wo es Sinn macht Ne Also Da werde ich mich natürlich Oh ja Haue Staatskassen Überschuss Sehr schön Tipptopp 45 Milliarden Die natürlich jetzt dementsprechend Als Überschuss Erstmal da sind Das kann auch als Anschubfinanzierung Auf jeden Fall dienen Für die Gesamtverstaatlichung Diese 45 Milliarden Und schauen wir mal So Äh Puhpuhpuhpuh Wie lange sind wir eigentlich Hier schon wieder bei Viertelstunde ne Ungefähr Ja Viertelstunde müsste es ungefähr sein Ah ok Weiß ich Bescheid Es ist So Kein entscheidender Schlag Das ist mir auch egal Ist nur wenn wir mit dem Überschuss Ja bei 0,3 sind wir Also das ist okay Ne Wie gesagt Da ist jetzt ein bisschen was da So wir schauen mal Aufs Wirtschaftswachstum Ja Jetzt hat sich das Wirtschaftswachstum Ja auch eingependelt Ok wir haben 1,4% Wirtschaftswachstum Das heißt Abschöpfen ist jetzt Nicht mehr so Aber wir haben gleich Das Plus Auf jeden Fall Also so 11 Milliarden Ne 13 Milliarden sind Wir haben ein bisschen Überschüsse hier Wirtschaften können Das heißt glaube ich Die Gesamtverschuldung Oder dürfte es nochmal Theoretisch demnächst Nach unten treiben Theorisch können wir So eine Anschubfinanzierung nehmen Das heißt wir hätten so 50 Milliarden als Anschubfinanzierung Aber ich habe ja kein Wirtschaftswachstum mehr Das ich opfern könnte Ich glaube jetzt Gerade Sind wir gezogen Die Füße stillzuhalten Es wird ja Zeit für eine Kleine Abstimmung Wahrscheinlich Ich schiebe mal Euch wieder eine Abstimmung rein Sollen wir die Füße stillhalten Ja lass erstmal laufen Nein erhöhe die Steuern So zack Ihr könnt dementsprechend Dann jetzt nochmal Einmal abstimmen Was wir jetzt hier machen sollen Derweil Also wir haben jetzt die Wahl Wir können jetzt halt sagen Dass wir die Steuern Noch weiter erhöhen Wir haben 1% Wirtschaftswachstum Wie gesagt Das ist jetzt nicht viel Also Ganz ganz viel Spiel rum Ist jetzt nicht mehr drin Auf der anderen Seite Könnten wir vielleicht auch sagen Einfach echt besser Füße stillhalten Dieses 1% Wachstum Durch das Jahr mitnehmen Hoffen dass sie das sonst Noch ein bisschen weiter Aufbessert Ja alles Was sie auch zu tun Sein scheint Ja Jetzt haben wir so 20 25 Milliarden wieder Aber ja Da müssen wir schauen Wie gesagt Ihr seid dementsprechend gefragt Was meint ihr Wie sollen wir das Finanziell jetzt handhaben So die schlechten Zahlen An Landwirtschaft Gibt es ja gefühlt Auch jedes Mal Ja auch die Landwirtschaft Muss ich irgendwann umstellen Boah ey Bis sich das ganze Kaiserreich Reformiert habe Ja Es ist auf jeden Fall Eine spannende Arbeit Und auch nicht zu knapp Das muss man echt sagen Irgendwann müssen wir auch Die Armee aufbauen Aber erst tatsächlich Will ich gucken Das ist die gesamte Zivilwirtschaft Weil Klar Die Kriegsindustrie Die muss erstmal stehen Weil Solange wir keine vernünftige Keine vernünftige Grundlage haben Nachdem wir dann Nach Macht streben können Mit Solange wir das nicht passend Oder Fütter kriegen Brauchen wir gar nicht Hier drüber reden Und anfangen Also erst muss das Kaiserreich Natürlich unter seinem Herrscher Bevor es an die Rückeroberung alter Gebiete geht Erstmal zusehen Dass es wirtschaftlich passend Auf die Beine kommt Will mit dem Überschuss Industrie investieren Elektroflotte und so Boah Das ist nochmal was ganz anderes Als ich jetzt vorhabe Tatsächlich Ich wäre jetzt nur Überlegen Ob wir tatsächlich Die Überschüsse Ausbauen sollten Und damit halt Also Das heißt überlegen Damit halt die Vollverstaltung Durchziehen können Das ist ja das Wo nach mir Der Sinn steht So die Beschäftigung Ist ja besser geworden Scheinbar Okay Ja Regimewechsel De facto ist alles Unvorstellbar Was nicht Monarchistisch ist Und das Weißt du nicht Hi Hab's noch geschafft Grüß dich Nibbler Keim Moin Ich hoffe dass ein ganz Neuer Teil kommt Keim P&R 23 Ja Wenn's so wäre Mega geil Glaube ich Aber ehrlich gesagt Noch nicht dran Denn doch Könnt ihr euch Davon ausgehen Dass wir uns Mega freuen werden Und natürlich In gut In Promoting Phase Dafür einsteigen werden Aber ansonsten Wo ist denn jetzt Hamburg Da ist Hamburg Mal gucken Wie sieht das jetzt eigentlich Reparaturtechnisch hier aus Okay Das dauert halt auch Alles Ewigkeiten Bis die Städte wieder stehen Da sind halt auch Wirklich richtig Krasse Kriegsschäden Hier passiert Im Bürgerkrieg Ja also Die werden wir nicht mal Eben ganz so Auf die Schnelle Wieder gefixt kriegen So sieht's aus Ach Zauvi grüß dich Manches kommt ja gerade Von mir Manches Kollege Moin Ähm Würde mit Genau hier Da wir können Noch ein paar Monate dauern Das geben wir dann Wiederum Wirtschaftsaktion Ja klar Es wäre Investitionen In die Zukunft Das ist natürlich dasselbe Also viele Wege führen Nach Rom De facto fühle ich mich Jetzt nur verpflichtet Euch die Abstimmung Noch passend umzusetzen Weil ich habe jetzt Momentan nur Teilverstaatlichung Des Hoch-Tiefbau-Sektors Gemacht Und da müsst ihr Eigentlich noch hinterher Deswegen dementsprechend Die Abstimmung läuft auch noch Ihr könnt euch noch erstmal Hier frei bewegen Frei entscheiden Momentan habe ich hier Jetzt ein 75% Zu 25% Also schon eine relativ Klare Mehrheit momentan Für lass erstmal laufen Ja okay Ein paar Ich glaube so zwei Minuten Geht das ganze Ding noch Wollen wir mal schauen Wie sich das Ganze Jetzt hier noch Am Ende auswirkt Ja wo die Reise dahin geht Wir werden es sehen So jetzt haben wir es hier Ablehnen Und dann haben wir hier Auch ablehnen Ja die letzten vier Truppen auch da Die uns gefährlich werden können Der Rüstengruppierungen Ja so wenn wir den Griff haben Ist natürlich auch gut Muss ich dann da nicht mehr hinterher rennen Das wäre auch schon mal optimal So GZ noch zu 1000 Followern Kriege ich hier noch nachgereicht Von MrZock Yo Dankeschön Auf jeden Fall Dafür sind wir bei 1000 bereit sind Es sind jetzt natürlich auch schon Ein paar Tickchen Ja dass wir 1000 Geschafft haben Aber natürlich auch sehr sehr schön Dass wir diese Marke Übersprungen haben Klar Vierstellig sein Dann hat das Ganze auch Ein bisschen besseres Grundgefühl Hier erstmal per se Warum ist Strasbourg bombardiert? Weil Frankreich noch Im Krieg sein müsste Eigentlich mit Russland Aber ich bin mir da auch Nicht wieder so 100% sicher Weil es scheint auch Irgendwie so als könnte Sie das eventuell Gelegt haben Der Krieg Auf jeden Fall ist Königsberg Das ist das Wichtigste Für uns zumindest In russischer Hand weiterhin Also kein neuer Kriegsgegner Dahingehend Also kein anderer als geplant So die beiden Organisationen Werden kaputt gemacht Wenn es geht Obst du ein bisschen nah dran Ja und dann schauen wir mal Ja die Nachrichten Mit unvertrafen Regimewechsel Die nerven mir auch tatsächlich Also ich wünschte Die können nicht abstellen Die interessieren mich Ich bin feuchten Kehricht Weil da war mir halt Wirklich auch On Mats welche So die letzten Sekunden Der Abstimmung laufen Okay das Ergebnis Ist doch relativ eindeutig Wir sind bei 77% Oh lass mal laufen Gameboy hat da auch noch 1500 Kanalpunkte Zugeknallt Also ja Dann würde ich sagen Lassen wir es tatsächlich Erstmal so weit durchlaufen Wir gucken noch mal Ein bisschen weiter Wie viel haben wir jetzt hier Ja ist ja ein bisschen runtergegangen 0,3 nur Überschuss Das heißt jetzt sind wir hier Nur bei 13 Milliarden Ja deswegen Also ein bisschen Schauen Abwarten Tee trinken Wirtschaftswachstum 1,2 1,3% Da scheint sich das jetzt Wahrscheinlich erstmal Einzupendeln Aber wie gesagt Wir nehmen auf jeden Fall Die Überschüsse mit Könnten auch mal gucken Eins ist von Kampfrobotern Es sind nun neue Kampfroboter Auf dem Markt verfügbar Wir müssen diese schnell beschaffen Da wir hier durch einen bestimmten Vorteil In verschiedenen Konfliktsituationen Erlangen werden Magdiavelli Verschwinde Ich will dich jetzt gerade nicht Also deine Prinzipien Brauche ich als Kaiser Zwar schon Aber ich muss da eigentlich Hintersehen Ähm Pah Okay Das ist wieder wirklich Magdiavelli live Ich habe Magdiavelli übrigens Mindestens teilweise Ich weiß nicht Ob ich den ganzen Wälzer durch hatte Aber ich habe ihn auf jeden Fall Mindestens mal angelesen So Ähm Konflikte zu erlangen werden Genau Der Austausch von Unser Infanteristen Durch Maschinen In gefährlichen Gebieten Oder im Häuserkampf Wir uns ermöglichen Die Menschen Verluste Oder sonstige Gefangennahmen Von Soldaten Ewig zu verringern Ich möchte ihnen Zersichern Dass diese Roboter Im Kampf Sehr effektiv sind Sie sind mit präzisen Wirkungsvollen Waffen Ausgeschirm Können die mit Schuss Klassischer Handfeuer Waffen Stand halten Oh Mann Es ist wahr Ja es ist nicht so gut Also was jetzt Diese Husterei angeht Aber es versteht ihr Auf jeden Fall denke ich schon Warum ich auch gesagt habe Am Montag jetzt Für die Jungs Zum Stream Für euch Im Video ist das egal Aber warum ich Gesagt hatte Dass ich Den Montag Da nicht streamen wollte Also da hätte ich euch Nur rumgeröchelt Das wäre Absolut gar nichts geworden Das kann ich euch Auf jeden Fall schon mal So sagen So Bevölkerungswachstum Ist tatsächlich sogar Leicht positiv Also wir steuern wieder Auf einen Wachstum zu Nachdem wir jetzt hier Natürlich klar Durch den Bürgerkrieg Jetzt auf 80,5 Millionen Geschrumpft sind Ja können wir mal gucken Was da so passiert Das BIP der Bevölkerung Ist aber nochmal gut gestiegen Von 50 auf 57.000 Wie ich das gerade sehe Interesting Interesting Erhöhst du die Rumpfluggebühr Die ist auch immer noch Recht praktisch Aber die ist doch Nicht so teuer oder Also abgesehen von Dass wir jetzt nichts machen Weil das hatte ich Jetzt ja gesagt Gehabt aber Bringt die Rundfunkgebühr So viel Halt 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 Naja die Rundfunkgebühr Ist nicht so dicke Also ich kann da nochmal Theoretisch könnte ich Weiter hochgehen Das ist halt schon So ein Quantensprung Für die Leute Das gibt nur Ärger Wenn die Leute plötzlich Dann 100 Euro GZ Gebühren Im Monat zahlen müssten Schwierig So Okay Hier sagt er mir zwar Plus dafür Aber hier ist tatsächlich Auf die Erde Ein Stückchen runtergegangen 11 Milliarden Überschuss Aber immer ein Überschuss Ach ja Die Abo Überschuss Da fiel mir das ein Ich hatte aber kurz überlegt Der Gedanke kam mir gerade Weil für die Verstabung Wird es ja nicht reichen Aber es könnte dafür reichen Äh Aktion Neubauten Ja hier Was haben wir hier Nationalproduktion Nationalkapazität Energieüberschuss Ungefähr 80 Terawattstunden Wir könnten nochmal Ein paar fossile Energieträger Abreißen Gern Weil die möchte ich ja Sowieso nochmal Vom Netz nehmen Hier haben wir noch Kernspaltungsreaktoren Nuklear Irgendwas Den ganzen Kram Muss ich auch nochmal Irgendwann vom Netz nehmen Ah der kostet doch Wieder ganz viel Spaß Ne Neubauten Oh Hopla Abriss Da wollte ich hin Wenn ich jetzt sozusagen Alles Nukleare Hier wegnehmen Wollen würde Oh Gott Vergiss es Ich kann einen Teil Davon wegnehmen So sechs Stück Oder so Ja ne Reißen erstmal Die fossilen Energieträger Weil die sind glaube ich Tatsächlich erstmal Die Schlimmeren Da können wir mal gucken Wie viel wir davon Dann loswerden können Dürfen Wie auch immer Wir wollen auch gucken Dass was die Terawattstunden Jetzt nicht übersteigt Äh 20 Ja 20 100 So dann haben wir jetzt Die Möglichkeit Wahrscheinlich so 300 Vom Netz zu nehmen Aus rein Energietechnischer Sicht Wenn wir darüber hinausschießen Wird es knapp mit dem Strom Das heißt Ich würde sagen Wir nehmen die Die Meiler Schon mal vom Äh Also die Die fossilen Verbrenner Hier schon mal Die Kraftwerke Die Kohlekraftwerke Und Erdölbetriebene Zeugs Ja Vier Monate Wir können das ganze Prozedere nochmal Beschleunigen Da müssen wir jetzt nicht Vier Monate drauf warten Für meinen Geschmack Dafür können wir auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen Okay Wann sind zwei Monate erreicht Das Mindestmaß Für zwei Monate Liegt bei 91 Mitarbeitern Okay Also 91 Arbeitskräfte Pro Baustelle Das heißt 3,6 Milliarden Damit wir 300 Der Dinge Abgerissen kriegen So Jetzt müssen wir uns Tatsächlich schon fast Überlegen Ob wir uns jetzt nicht Auch demnächst Über Neubauten unterhalten Weil die Windparks Sind jetzt zum Beispiel Nicht so geile Dinger Besser sind natürlich Die Solarzellen Auf jeden Fall Also mit Solarbetrieben Kriegt man auf jeden Fall Immer ein bisschen mehr hin Theoretisch sind auch Kernfusionen möglich Oha Kernfusionsreaktor Einer davon bringt 56 Terawattstunden Sagen wir mal Leute Kernfusion Ne Das war auch Corona gerade Das Kernfusion ist mega Overpowered Wenn das irgendwie live klappt Ich glaube ja Wir gucken mal Wir werden mal Tatsächlich Schauen gehen Ich möchte mal wissen Was war das noch Mit Kernfusion Das waren doch Diese Geschichten Die jetzt nicht Auf Spaltung aus waren Eine Kernfusion Zwei mit einer Verschmelzen Kernfusions Nein Halt Ich will mal wissen Was ist ein Kernfusionsreaktor Ein Kernfusionsreaktor Oder ein Fusionsreaktor Das ist ein Tinge Anlage In der die Kernfusion Kontrollier abläuft Stromox Ja Wäre dementsprechend Geeignet zur Stromox Erzeugung existiert Aber noch nicht Halt nur Prototypweise Jetzt gucke ich noch mal Ganz kurz Hier Im Vergleich Zu Kernspaltung Hat die Kernfusion Vorteile Sicherer Und radioaktiver Abfall Entsteht nur In geringen Mengen Ich habe gehört Wir sollten Vielleicht auf Kernfusion Setzen Als modernes Kaiserreich Freunde Scheiße Wir brauchen noch Eine Abstimmung Wir brauchen noch Eine Abstimmung Sollen wir auf Erneuerbare Energien Setzen Auf Kernfusion Wir müssen jetzt Um ein Energiekonzept Ausrichten gehen Ihr entscheidet Wieder Erneuerbare Energien Oder Kernfusion Auf welchem Energieträger Soll das Reich Laufen Erneuerbare Energien Kernfusion Energie Ich schreibe mir mal zu Dass es ungefährlich ist Ja ihr wisst Was ich meine So dementsprechend Dürft ihr darüber Abstimmen Aber ich muss Es gucken Das Ergebnis Davon Jungs und Mädels Würde ich sagen Ist ein Phänomen Dann für die nächste Folge Ja gut Ihr kriegt die Abstimmung Reingeworfen Und also Auf jeden Fall Der Chat schon mal Und ihr also Jungs und Mädels Auf YouTube Könnt ihr natürlich auch Euren Senf dazu In den Kommentaren da lassen Würde ich mich auch nochmal Sehr darüber freuen Falls ihr das nächste Mal Live dabei sein wollt Klar Wenn ihr solche Entscheidungen Mitbestimmen wollt Wie das was jetzt Die 30 Leute Bei uns im Chat Entscheiden dürfen Seid ihr herzlich dazu Eingeladen Uns auf Twitch zu followen Link dazu in der Beschreibung Glocke aktivieren Um da keinen Stream zu verpassen Ansonsten bei Discord Am besten auch nochmal Vorbeischauen Link auch da Zu einer Beschreibung Könnt ihr dementsprechend Beitreten Einfach Dann werdet ihr darüber Informiert Kriegt ihr dann Einen schönen Pinger Wenn hier irgendwie Streammäßig was passiert Dass ihr dann dementsprechend Auch mit live dabei sein könnt Ja und wie gesagt Wir schauen uns die ganze Geschichte an Musionsreaktor Wo ist das erneuerbare Energie Ich werde das Reich Nur auf einen von beiden Trägern laufen lassen Warum Ich mag es einfach Ich mag es Wenn etwas einheitlich ist Dementsprechend werde ich mich Nur um eine dieser Beiden Punkte kümmern Und ja Die Leute haben jetzt Zu entscheiden Was also dementsprechend wird Ansonsten Falls euch die ganze Geschichte gefällt Auch so wie ich euch Da draußen mit einbinde Ich versuche auch auf YouTube Wenn es geht Irgendwie Natürlich alles arbeitszeitlich Ein bisschen eingeschränkt Aber es geht Jeden Kommentar zu beantworten Der irgendwie auftaucht Von euch Kann natürlich mal Zwischendurch Ein, zwei Wochen dauern Aber so spät Es ist dann mal salopp Nach zwei Wochen Habt ihr eigentlich Immer allerspätestens eine Antwort Auf jede eurer Fragen Und ja Dementsprechend Wenn es euch ganz gefällt Daumen nach oben Würde mich natürlich auch freuen Abo da lassen Auch bei YouTube Um natürlich da nichts mehr zu verpassen Gibt bestimmt auch einige Zuschauer Die uns noch nicht abonniert haben Würde mich darüber freuen Wenn das Ganze dann noch So der Fall wäre Ja und habe ich sonst noch irgendwas Ich glaube nicht Besten Dank fürs Dabeisein Bis zum nächsten Mal Haut rein Und ciao Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.